Ah du, Mitarbeiterversammlung fällt aus. Kannst du irgendeine Meldung oder so ins Intranet stellen? Das sieht doch sowieso keiner. Und außerdem ist das immer so kompliziert. Lass uns das so machen wie sonst auch. Mitarbeiterversammlung fällt aus. Oh, wie schade. Okay, wollen wir dann mal über das Design sprechen? Also der Kunde hatte sich das Ganze ja sehr bunt gewünscht in seinen Farben und mit besonders vielen Bildern. Hat da einer von euch schon eine Idee? Moment, ich hab da schon mal was designt. Soll ich euch das vielleicht mal eben zeigen? Ja, Moment, aber ich bin doch der Grafiker und ich hab mich doch auch schon mit dem Kunden unterhalten, wie der das gerne hätte. Moment mal, wieso hast du eigentlich mit dem Kunden gesprochen? Das ist doch meine Aufgabe, ich bin der Projektleiter. Ja, sorry. Hat denn hier überhaupt mal irgendeiner an die Stakeholder gedacht? Hallo Chef, ich wollte fragen wie es mit den Anwendern eigentlich ausschaut. Haben wir schon mit denen gesprochen? Was ist das denn für eine Idee? Das haben wir noch nie gemacht. Fake-IT Müller von der Regenbogen GmbH. Guten Tag. Ich melde mich zwecks kurzer Abstimmung unserer SharePoint-Seite. Haben Sie es jetzt? Ja, wir haben uns intern zusammengesetzt und hätten das Ganze gerne in unseren Farben. Also wirklich bunt und gerne ganz viele Bilder, falls das möglich ist. Kriegen wir hin. Ja, super. Okay, danke schön. Tschüss. Das sollte für die reichen. Und wenn es genau so nicht laufen soll, dann besser mit Moventum.